Du, ich glaube, ich habe sie doch vergessen. Sag das noch mal. Ich habe sie vergessen. Okay. Dann fährst du jetzt nach Hause und holst sie. Ich kann doch jetzt nicht nach Hause fahren und sie holen. Was sollen dein Vater und deine Mutter denken? Ich weiß nicht, was du kannst oder was nicht. Ich weiß nur eins. In den Schuhen gehe ich nicht auf das Fest. Weißt du was, wenn du immer so unzufrieden bist, dann nimm doch deinen Koffer und pack deine Scheiß allein. Jetzt sage ich dir mal was. Das Packen ist allein deine Sache. Und zwar jedes Mal. Und du hast nur darauf zu achten, wo diese verkackten Schuhe sind. Halt die Klappe, verdammte Scheiße. Du bist schuld, dass wir hierher müssen zu deiner verpisten Familie. Wir fahren auf den Geburtstag vor meinem Vater. Und du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Ist das klar? So wie unsere Ehe? Ich kann doch nichts dafür, dass du keinen Job hast. Nee, aber du könntest vielleicht... Oskar, ich will jetzt wirklich nicht mehr darüber reden. Ich habe ein wichtiges Meeting in der Handelskammer. Aha. Wieder mit diesem Krüger nehme ich an. Lisa, ich habe mich so angestrengt, das Geld vom Papa zu bekommen. War's schlimm. Was meinst du mit schlimm? Nix. Lisa, ich brauche... Ich brauche das Zeug, das weißt du. Bitte gib's mir. Ich bin darauf angewiesen. Nimm das Geld, du kannst dir jede Menge davon leisten. Ich will das Geld vom Papa nicht. Ich bin darüber hin. Ich bin damit. Ich hab, ich bin davon verantwortlich. ... ...